Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Prater, Perl, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so weiter. Und ja auch offensichtlich Experte für toxische Beziehungen, deswegen wollte ich nochmal gerade so ein Spezialthema aufnehmen, zu dem Amber Heard-Johnny-Depp-Fall, was ja auch hier viel geklickt wird. Jetzt zeichne ich nochmal kurz mein neues Buch, Neue Dimension der Liebe. Und genau, und zwar wurde ich hier gefragt, ob ich was sagen kann zu diesen Gutachterinnen. Es kommt auch ein großes Kooperationsvideo, sollte diese Woche rauskommen, mit einer anderen YouTuberin. Ich verlinke das hier drunter nochmal, ich weiß noch nicht genau, wann ich das hier hochlade, aber vielleicht habt ihr es auch sowieso gesehen. Ansonsten, ja, wenn ich es wahrscheinlich auf Instagram gepostet habe oder wie auch immer, sicherlich kommt das dann schon zu euch. Ja, also und zwar ist das ja da in Amerika so, dass beide Seiten hatten die Möglichkeit, eine Gutachterin zu bestellen, warum das jetzt nicht so ein Unabhängiger vom Gericht war oder warum dann nicht noch jemand Drittes Unabhängiges vom Gericht dazugekommen ist. Weiß ich nicht, natürlich sind die verpflichtet zur, ja, also soll ich mal sagen, natürlich, auch wenn die jetzt eine Seite bucht, so eine Gutachterin sind die natürlich der Wahrheit verpflichtet. Aber gut, wir wissen ja, wie das Leben ist und klar, wie man jemanden aussucht oder so, kann natürlich alles eine Rolle spielen. Und wir hatten da einmal eine Dr. Curry, die von der Seite von Johnny Depp angeheuert wurde und eine Dr. Hughes, die von der Seite von Amber Heard ins Spiel gebracht wurde. Und wir hatten jetzt die witzige, was heißt witzig, die fand es wahrscheinlich nicht witzig, aber wir hatten jetzt die Situation, dass diese Dr. Curry einfach abgeräumt hat. Die ist super gut angekommen bei mir auch, als ich, wie gesagt, hat ja schon ein Video drüber gemacht. Das kann ich auch nochmal verlinken. Die ist wirklich sehr beeindruckt von ihr war und ich glaube, das ging vielen so. Wirklich einen sehr taffen Auftritt, also sehr klar, kühl, aber auch nicht irgendwie schnippisch oder so. Und also wie ich auch denke, wie ich mir eine gute Psychologin vorstellen würde. Und da hatten wir eben die Chews und also rein von der ganzen Art her kam die halt überhaupt nicht gut an. Das natürlich auch egal ist, muss halt nur bei der Jury gut ankommen, aber kam eigentlich gut an, weil sie eben sehr missmutig, schnippisch und dann war auch dieses Lustige, dass ihre eigene Anwältin sich immer mit Dr. Curry angesprochen hat am Anfang. Oh Gott, da war das egal, aber genau, da wurde ich mal gefragt, ob ich da auch was zu sagen kann und warum, ja, auch so aus fachlicher Sicht, manchmal ist es offensichtlich kein Gerichtspsychologe, aber was ich da jetzt aus meiner fachlichen Sicht zu sagen kann, warum, ja, das eine oder andere auch problematisch ist. Fassen wir mal kurz zusammen, die Dr. Curry hat dir halt Borderline und eine histrionische Diagnose gegeben und die große Frage ist natürlich, hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung oder nicht. Das ist natürlich im Rahmen dieses ganzen Gerichtsprozesses wichtig, also weil angeblich Johnny Depp sie geschlagen hat und so weiter, werdet ihr ja wahrscheinlich gehört haben. Das ist ja nicht nur geschlagen, auch sexuell missbraucht hat und also er hat ja wirklich unheimlich viele Sachen da vorgebracht, die aber, kann man glaube ich sagen, nicht richtig, also beziehungsweise nicht bewiesen sind und gut, da wird es heute nicht so darauf eingehen, es gibt eine Fülle von Sachen, die halt nicht so richtig passen, aber vielleicht sage ich doch mal, diese eine hier, dass sie zum Beispiel bei einem Ereignis 2015, wo sie sagt, zwei blaue Augen, Nase gebrochen, dass sie einen Tag später bei James Corden, kennt ihr, James Corden, coole Show, in der Show war und ja, offensichtlich keine gebrochene Nase hatte und keine blauen Augen und klar, dann sagt sie halt, sie hat das alles übergeschminkt, leider hat aber auch die Stylistin ausgesagt, dass sie auch ungeschminkt, da nichts von zu sehen war. Dann gab es einen Inzident, also einen Vorfall 2016, wo sie die Polizei angerufen hat wegen hohes Sichergewalt, die haben ausgesagt, sie haben nichts gesehen. Also, und dann, genau, hat sie gesagt, dass sie ja immer so ein Abdeck-Kosmetik mit sich rumgetragen hat über die ganzen Jahre, wo der Hersteller gesagt hat, dass es aber erst viel später rausgekommen ist, kann nicht sein. Also, da ist das schon, gut, wir wissen natürlich, kann natürlich trotzdem was passiert sein, aber offensichtlich gibt es da die einen oder anderen Lügen so, wobei das für sie, also wenn sie jetzt wirklich diese Störung haben sollte, kann es natürlich auch bedeuten, dass sie selber das tatsächlich glaubt, obwohl es nicht stimmt so, ne, das kann im Extremfall durchaus der Fall sein. Aber zurück zu diesen Gutachterinnen, also es geht halt, geht darum, hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung oder nicht. Und natürlich müssen Gerichtsgutachter, die wissen natürlich, dass Leute da, das ist ja nicht wie in so einer therapeutischen Situation, natürlich kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass Klient und Gutachter zusammenarbeiten, sondern, ja, man muss natürlich befürchten, dass da was gefakt wird und das wird natürlich versucht herauszufinden. Und da gibt es dann Skalen, die das versuchen herauszufinden. Aber gut, wir wissen natürlich, psychologische Tests sind auch immer so eine, so eine Sachen. Und sie hat halt diese Diagnose erstellt, auch anhand medizinischer Unterlagen, die sie hat. Und, ja, und hat ihr gesagt, nein, sie hat keine posttraumatische Belastungsstörung, was sicherlich schon auch nicht so ganz einfach abzugrenzen ist, sage ich mal, von Borderline und so. Also das ist schon eine sehr ausgestanzte Aussage, sage ich jetzt mal so. Aber ich sage einfach mal kurz, warum hat sie das gesagt? Und zwar hatte sie in einem entsprechenden Test zur posttraumatischen Belastungsstörung hatte sie 19 von 20 Punkte. Und es ist aber so, dass selbst Leute, die nachweislich krasse posttraumatische Belastungsstörungen haben, nie eigentlich praktisch gar nicht auf 19 Punkte kommen. Also, ich habe das so verstanden, dass höchstens die Hälfte der Symptome haben. Und, ja, das war ein starker Hinweis, dass es da wohl viele Fragen gibt. Und dann hat sie einen sogenannten Caps5 gemacht. Und bei diesem Test reicht es eben nicht, anzukreuzen. Zum Beispiel, hat ihr Partner sie geschlagen? Ja, hat ihr Partner sie das und das mit ihnen gemacht? Ja, da, 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 da. Haben sie wiederkehrende Albträume? Ja, klar, da, da, da. Muss nur ankreuzen, was natürlich leicht zu fälschen ist. Sondern in diesem Caps5 muss man eben die ganzen Symptome beschreiben. Und ich glaube auch mehrfach. Also man kann sich da nicht immer eine neue Geschichte ausdenken. Das fällt halt auf irgendwie. Und Symptome in der posttraumatischen Belastungsstörung zu faken, ist erstaunlich schwierig. Das sind dann nämlich ganz spezifische Dinge, die man dann erlebt. Und das ist so ein bisschen so, als wenn, ja, weiß nicht, jemand es cool findet, zum Beispiel zu sagen, ich komme aus Berlin. Er kommt aber gar nicht aus Berlin. Und dann einen Berliner fragen würden, ja, cool, woher kommst du denn? Er sagt dann, ja, aus Berlin. Ja, aber woher denn, ne? Weil ein Berliner wird einfach nicht sagen, aus Berlin, sondern er wird sagen, ja, ich komme aus Mitte oder ich komme aus dem Osten. Oder, ja, in welcher Hood bist du denn? Ja, wie, was? Oder welchen Kiez? Keine Ahnung. Ja, aus Berlin irgendwie. Also da wird man halt merken, irgendwas stimmt da nicht so. Und so muss man sich diesen Caps5 vorstellen. Und da ist sie halt sehr auffällig gewesen. Deswegen sagt Dr. Curry, das ist wohl gefakt. So, ne? So, Dr. Hughes hat dann ja auch viele Tests gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt, obwohl ich mir das mehrfach angeguckt habe, nicht so ganz verstanden, ob sie auch diesen Caps5 gemacht hat. Aber sie hat auch eine Menge Tests gemacht. Und da ein erster Vorwurf an Dr. Hughes war halt, dass sie Tests über Zoom gemacht hat. Ja, wo sie natürlich logischerweise kann natürlich der Klient das nicht ankreuzen, sondern sie muss es dann, also konnte Amber das nicht ankreuzen, sondern sie muss es ankreuzen. Dann ist ihr vorgeworfen worden, dass ihre ganze Sprache vor Gericht so war, dass sie durch diese Art, wie sie gegendert hat, ständig den Eindruck vermittelt hat, dass Frauen immer Täter sind, Männer immer die Opfer sind. Und das ist hier sehr stark angekreuzen worden. Zum Beispiel hat sie gesagt, Stalking and surveillance behaviors are a common tactic of typically men who use violent behavior in an intimate partnership. Also sie hat gesagt, dass diese Verhaltensweisen, also wie zum Beispiel Stalking, typisch männliche Verhaltensweisen sind, ja, gewaltsamen Verhalten sind, intimen Beziehungen, was natürlich krass ist und also komplett, also finde ich auch komplett daneben ist. Also diese Tests, ich kenne die auch nicht alle, die sie jetzt gesagt hat, also da hat sie halt gesagt, da wären auch Skalen drin gewesen, die falsches Ausfüllen angeben, da wäre sie jetzt aber nicht auffällig gewesen, keine Ahnung. Dann hat sie überhaupt nicht mit einbezogen, achso, dann hat sie IPV-Tests gemacht, das ist Inter-Partner-Violence, also Tests, die die Gewalt in einer Liebesbeziehung oder in einer Beziehung messen sollen und hat das aber nur von ihr ausfüllen lassen, wo man natürlich sagen muss, ja, das tue, ich kann dann jemand reinschreiben, der hat mich jeden Tag zehnmal geschlagen und ich weiß nicht was. Aber da war es ja auch, dann wurde ihr halt vorgeworfen, wo musste Johnny Depp das nicht auch ausfüllen, in seiner Sicht der Dinge, dass es ihr vorgeworfen wurde. Und dann wird ihr vorgeworfen, dass die Aussagen, die Amber Hörden diesen Test gemacht hat, zum Beispiel, es hat den und den Missbrauch gegeben und ich weiß nicht was, dass sie diese Aussagen so erzählt vor Gericht, als wenn das ein Faktum wäre, dass es auch wirklich stattgefunden hat. Also da ist sie hart für kritisiert worden. Ja, das ist, was ich so dazu sagen kann, wie gesagt, Testergebnisse, ist kein Einblick drin. Natürlich muss man sich bei beiden fragen, ob es dann trotzdem einfach aufgrund dieser Auftragslage vielleicht Tendenzen gibt. Aber man kann, glaube ich, fair genug zu sagen, dass Dr. Curry da ziemlich gut drüber gekommen ist und Dr. Hughes irgendwie so gar nicht gut drüber gekommen ist. Das ist ja auch manchmal die Art, wie man Sachen berichtet und ja und letztlich, wie gesagt, müssen die nicht uns beeindrucken, sondern die Jury, da hatte ich mich schon gefragt, Mannometer, ey, das so eine gute Sache war. Also was dann vielleicht auch noch interessant ist, dass die, was ich jetzt auch nicht so richtig verstehen kann, dass die vor Gericht sollen wir ja immer nicht aus Unterlagen vorlesen, weil man soll ja so eine frische Zeugenaussage machen. Und das hat Curry auch gemacht. Und Dr. Hughes hat gesagt, ey, sorry, ich kann jetzt hier nicht, was ich auch echt verstehen kann, ich kann jetzt nicht jedes Testergebnis hier aus dem Kopf sagen. Und dann ist es hinterher falsch und ich weiß nicht was, ich muss dann mal in meine Unterlagen gucken. Und das ist dann aber, das ist klar, das kann ich total verstehen. Ich kann das verstehen, das ist aber auch schlecht angekommen und hat dann dazu geführt, dass er die ganzen Unterlagen abgeben musste, der Gegenseite geben musste. Und die haben dann, da hat sich natürlich irgendwo irgendwas hingekritzelt und da was hingekritzelt und hier ein Strich und da ein Strich. Und das haben sie im Kreuzverhör dann vorgehalten, weil da auch Sachen drin standen, die jetzt darauf hätten deuten können, dass sie vielleicht doch Affären gehabt hat mit diesen anderen Typen da. Gut, das würde es ein bisschen zu weit führen, aber schon, also einfach super, also aus psychologischer Sicht hochinteressanter Fall. Ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr da noch mehr von hören wollt und, aber erst mal, oder was ihr davon noch hören wollt, vielleicht interessiert ihr euch für diese Störung auch noch mehr, könnt ihr mir gerne mal schreiben, falls ihr die, wie gesagt, das ist alles jetzt mutmaßlich und von außen kommentiert durch mich, ich war nicht dabei, ich habe diese Tests nicht gemacht, klar. Dann schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Dann schreibt das gerne in die Kommentare.